Im Vatikan gibt es 32 Torbögen auf jeder Seite des Torplatzes mit einem riesigen Obelisken in der Mitte. Die Soutane des Papstes hat 32 Knöpfe und sein Kopf stellt den 33. dar. Das Wappen der ehemaligen Sowjetunion hat 32 von der Sonne ausgehende Strahlen, die Sonne, die 33 darstellen. Am 03.03.2003 bat das Weltgebetszentrum der UN jeden darum, gleichzeitig um 3.30 Uhr nachmittags zu beten. Die Decke im Saal der UN-Generalversammlung hat eine große runde Leuchte, welche von 32 kleineren Leuchten umgeben ist. Das UN-Gebäude ist 39 Stockwerke hoch, also 13 mal 3, und befindet sich auf vom Freimaurer und Illuminaten David Rockefeller gespendeten Land. Die Flagge der UN zeigt eine flache Erde, unterteilt in 33 von Olivenzweigen umrangte Abschnitte. Die Flagge ist blau, so wie die ersten drei blauen Grade der Freimaurerei. Es gibt 13 Grade der Freimaurerei des York-Ritus und 33 Grade des schottischen Ritus. Das ursprünglich britische Maßsystem stammt aus dem freimaurerischen Frankreich der 1790er Jahre, was erklärt, warum 13 übliche Zoll oder Inches genau 33 Zentimeter ergeben. Eis friert und wandelt sich zurück zu Wasser bei 32 Grad Fahrenheit, ebenfalls mit den freimaurerischen Graden der Erleuchtung übereinstimmend, da jeder hochgestellte Freimaurer, der noch nicht entscheidend zum großen Werk beigetragen hat, beim 32. Grad eingefroren wird, sprich nicht vorankommt. 33 ist der erste Grad, bei welchem die Erleuchteten frei durch die ganze Organisation wandeln dürfen. Die Idee der Messung der Temperatur durch Grade ist freimaurerisch. Im Englischen nennt man das Zeugnis sinngemäß Grad und ein Verhör nennt man sinngemäß den dritten Grad, von der freimaurerischen Zeremonie stammend, bei der man den Anwärtern viele bohrende persönliche Fragen stellt. Eines der Hauptsymbole der Freimaurerei des schottischen Ritus, den Adler, findet man auf der Dollarbanknote. Er hat 32 Federn an seinem rechten Flügel, die 32 formellen Grade des schottischen Ritus darstellend. Er schaut jedoch auf seinen linken Flügel, welcher eine zusätzliche Feder aufweist, den 33. Grad symbolisierend, den viele hohe Persönlichkeiten und historische Personen haben. Der Kopf des obersten Rates der Weltfreimaugerei, Albert Pike, erfand den 33. Grad im Jahre 1832. Er war ein hoher Justizbeamter und Mitbegründer des Kuckucksklan. K ist der elfte Buchstabe des Alphabets, 11 mal 3 gleich 33. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 5, Vers 5, steht, Zu Hebron regierte er, König David, 7 Jahre und 6 Monate über Judah, also 7 plus 6 gleich 13. Aber zu Jerusalem regierte er 33 Jahre über ganz Israel und Judah. Zitat Ende. Es gibt zahlreiche Bezüge zur Bibel. 33 Tage der Reinigung im dritten Buch Mose, Kapitel 12, Vers 4. 33 Söhne und Töchter von Israel im ersten Buch Mose, Kapitel 46, Vers 15. Und 3300 Aufseher König Salomons im ersten Buch Könige, Kapitel 5, Vers 16. König David regierte Jerusalem 33 Jahre im ersten Buch Könige, Kapitel 2, Vers 11. Der Davidsstern besteht aus zwei Dreiecken. Zwei Dreier bedeutend also 33. Es gibt genau 33 Bezeichnungen im Alten Testament für den Teufel und 13 im Neuen Testament. Und vor allem wurde Jesus im Alter von 30 Jahren getauft, begann sein dreijähriges Wirken, starb dann und ist im Alter von 33 wieder auferstanden. Lukas, Kapitel 3, Vers 23. Auch im ersten Buch Chronik, Kapitel 3, Vers 4 und im ersten Buch Chronik, Kapitel 29, Vers 27. Michael Tessarion schrieb in Astrotheologie und Siderische Mythologie, die Sonne erscheint am 30. Grad, sie ist jedoch nicht vollkommen klar bis zum 33. Grad, da sie auch von einer bestimmten Größe ist. Deswegen sagen sie in der Bibel, dass das Wirken Christi mit 30 begann und mit 33 endete. Dieser Hinweis würde unmissverständlich für irgendjemand, der sich mit den Geheimnissen der Astrologie auskennt, sein. Die Zahl ist mit der Einführung der Sonne Gottes bei der Wanderung durch den Tierkreis verbunden, nicht des Sohnes. Darum verwenden die freimaurerischen Logen auch die Zahl. In der Astrologie wandert die Sonne beim 33. Grad in ein neues Tierkreiszeichen, ein lange vor dem Christentum bekanntes Konzept. Die göttliche Komödie von Dante ist in drei Abschnitte unterteilt, 34 Gedichte von Inferno, 33 Gedichte von Purgatorio und 33 Gedichte von Paradiso. Der menschliche Fuß hat 33 Muskeln, die menschliche Wirbelsäule hat 33 Wirbel. Das Autorennen von Indianapolis startet traditionell mit drei Reihen, je elf Rennwagen macht 33. Es gibt eine Band namens 311. Das Logo der Bank of America besteht aus drei Reihen Elven, macht ebenfalls 33. Die Todeszeit der Königin Mutter wurde mit 3.15 Uhr angegeben. Beide Zeiger auf drei ist gleich 33. Der Geschäftsführer des Enron-Konzerns, Kenneth Lay, kaufte den ganzen 33. Stock seines Gebäudes und lebte in der Eigentumswohnung Nummer 33. Die zweifachen Bombenanschläge auf der indonesischen Insel Bali am 12.10.2002 und 1.10.2005 waren bis auf elf Tage drei Jahre zeitlich auseinander. Am 11.11.2004 um 3.30 Uhr in der Nacht wurde Yassir Arafat offiziell für tot erklärt. Am selben Tag traf sich die Weltgesundheitsorganisation der UN, die WHO, zum ersten Mal um die Vogelgrippe zu erörtern. Drei Monate und elf Tage später, am 22.02.2005, begann die Seuchenschutzbehörde der USA damit, den Amerikanern mit mehr Propaganda der Vogelgrippe Angst einzujagen. Sie erwähnte dabei die vom amerikanischen Militär durchgesetzten Quarantänen der Bevölkerung. Alles war bereits geschehen. Die geschwindelten Space Shuttles starten auf der Abschussrampe 39 auf der Startbahn 33 in Florida. Am 11. Jahrestag des angeblichen Unglücks der Columbia-Rakete STS 107 mit je einem Astronautendarsteller von allen sieben Kontinenten über dem 33. Breitengrad am 1.02.03 ergibt 33, hielt George Bush eine Rede vor der UN-Versammlung, bei welcher er nach einer neuen Weltordnung verlangte. Verbrecher. Wieder und wieder. Die Generalstaatsanwältin der USA, Janet Reno, wurde am 11.03.1993 berufen. 39, also 13 mal drei Tage später, erschwindelten sie ein angebliches Massaker in Waco, Texas. Der 11.03.1985 war auch der Tag von Mikhail Gorbatschows Amtseinführung. Zitat Ende. US-Präsident Roosevelt kam 1933 an die Macht und er hat sich der Errichtung der neuen Weltordnung verschrieben. Das freimaurerische große Siegel der USA mit dem lateinischen Spruch neue Weltordnung wurde 1933 dem Dollarschein hinzugefügt. Walt Disney war ein Freimaurer 33. Grades und Disneyland hat einen Club 33. Das dortige Magic Kingdom Castle wurde dem Schloss Neuschwanstein nachempfunden, wo die Illuminaten entstanden. Während des Zweiten Weltkrieges bescherte uns der Freimaurer 33. Grades Winston Churchill das V für Victory Handzeichen, welches ab den 60er Jahren dann das Friedenszeichen wurde. Bevor dieses freimaurerische Handzeichen Sieg oder Frieden bezeichnete, war es ein Symbol des 33. Grades. Es gibt drei Gelenke am Knöchel der zwei Finger, das macht 33, wenn man sie zu einem V spreizt, bedeutet es 33. Grad. Der Freimaurer 33. Grades Buzz Aldrin und der Sohn eines Freimaurers des 33. Grades Neil Armstrong Junior führten angeblich eine freimaurerische Zeremonie 33 Minuten nach der geschwindelten Mondlandung durch. Sie hielten die freimaurerische Fahne und nahmen Fotos voneinander. Am 7.02.03 tötete angeblich eine Explosion in einem Nachtclub in Kolumbien 33 Menschen. Der Regisseur James Cameron, Freimaurer 33. Grades, besuchte die Premiere seines Filmes Titanic, welcher genau um 3.33 Uhr nachmittags in einem Kino in Houston, Texas begann, mit zwei anderen, zusammen drei, 33. Grad Freimaurern. Stanley Kubrick wurde angeblich genau 666 Tage vor dem Jahresbeginn 2001 umgebracht. Sein Film hieß 2001 Odyssee im Weltraum. Dieser Film wurde zuerst 1968 gezeigt, 33 Jahre vor 2001. Der Film Rosemary's Baby wurde in dem New Yorker Dakota Building gedreht, vor dem der geschwindelte Mord an John Lennon, der den Regisseur Roman Polanski persönlich kannte, stattfand. Der Film hat die Handlung, dass die Eliten, der Gründer der Kirche Satans, Anton LaVey hat einen Kurzauftritt, Rosemary's Baby verlangen, um berühmt und erfolgreich zu sein. Ein Jahr danach fand der Schwindel des angeblichen Mordes an Sharon Tate, Polanskis angeblich schwangere Ehefrau, durch die Manson-Familie statt. Der Charles-Manson-Darsteller machte später bei der angeblichen Gerichtsverhandlung vor der Kamera wilde freimaurerische Handzeichen. Jetzt ein Zitat aus freimaurerisch-okkulte Numerologie von Duke. John F. Kennedy wurde wegen des Geldsystems im elften Monat am 22., also zweimal elf gleich 22, genau neben dem 33. Breitengrad umgebracht, als er gerade die Pyramide erreichte. Sie errichteten dort, wo er mit einem Dreiecksmord der Freimaurerei getötet wurde, einen ägyptischen Obelisken mit der ewigen Flamme der Freimaurerei auf der Spitze. Der geschwindelte Anschlag auf Ronald Reagan geschah im dritten Monat am 30. Tag. 3 plus 30 ist gleich 33. Zitat Ende. Jesus wurde von dem Römischen Reich gekreuzigt und starb drei Tage lang im Alter von 33 Jahren. Alexander der Große starb ebenfalls mit 33. Papst Johannes Paul I. wurde angeblich ermordet, nachdem er nur 33 Tage im Amt war. David Koresch, angeblicher Führer der Davidianer-Sekte beim geschwindelten Massaker in Waco, Texas, starb mit 33 Jahren nahe des 33. Breitengrades. Der angebliche Verantwortliche bei dem False-Flag-Anschlag auf das Regierungsgebäude von Oklahoma City, Timothy McVeigh, wurde angeblich im Alter von 33 Jahren hingerichtet. Es gab 33 angebliche Opfer beim Schwindel der Schießerei an der Virginia Tech Universität im April 2007. Day Williams schrieb in Freimaurer und Geheimnisse am 33. Breitengrad, so bedeutend der Mord an John F. Kennedy auch war, er ist nur einer von vielen geplanten Morden, welche am oder bei dem 33. Breitengrad geschahen. Die Anzahl von Morden an Menschen in hohen Positionen und wichtigen Zeugen entlang oder bei dem 33. Breitengrad ist beträchtlich. Zitat Ende. Viele bedeutende Ereignisse der modernen Geschichte ereigneten sich am 33. Breitengrad. Beispielsweise eröffnete der Freimaurer 33. Grades und 33. Präsident der USA Harry Truman das Atomzeitalter mit dem angeblichen Test einer Atombombe auf dem Testgelände in White Sands, New Mexico am 33. Breitengrad. Er gab später angeblich den Befehl, zwei weitere angebliche Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki abzuwerfen, nahe des 33. Breitengrades. Rund drei Jahre später gab es die berühmte UFO-Sichtung und anschließende Area 51-Basis am 33. Breitengrad in Roswell, New Mexico. JFK wurde am Daly Plaza in Dallas, Texas, nahe des 33. Breitengrades, am 22.11.1963 erschossen. 11 plus 22 gleich 33. Die Daly Plaza hat die Form einer Pyramide mit fehlender Spitze und war auch der Sitz des ersten Freimaurer Tempels in Dallas. Die geschwindelte Bombenexplosion bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta, Georgia war auch am 33. Breitengrad. Elisabeth van Buuren schrieb in Das Geheimnis der Illuminati, in der spirituellen Numerologie symbolisiert die 33 das höchste spirituelle Bewusstsein, welches ein Mensch erreichen kann. Zitat Ende. Drei sehr bedeutende 33er beziehen sich auf den menschlichen Körper und die Spiritualität und es ist wahrscheinlich das esoterische Verständnis von diesen drei 33ern, das von den Freimaurern des 33. Grades begehrt wird. Erstmal, es gibt genau 33 Spiralen in einem vollständigen Abschnitt der menschlichen DNS. Diese biologische Tatsache haben wahrscheinlich die antiken Menschen gewusst, die, wie ich später zeigen werde, wissenschaftlich und technologisch weit fortschrittlicher waren, als in den Lehrbüchern und Medien des Systems dargestellt wird. Die zweite bedeutende 33 ist die Anzahl der Wirbel der menschlichen Wirbelsäule. Beim antiken Kundalini-Yoga wird gesagt, dass die Kundalini-Energie der Schlange vom Wurzelchakra aufsteigt, sich hoch und um die Wirbelsäule windet, bis sie das Kronenchakra spirituell erleuchtet. Dies mag sich wie unsinniger östlicher Mystizismus anhören, jedoch zeigt diese heilige Zahl 33 Parallelen zu der Welt der westlichen Urkultenlehren. Der antike hebräische kabbalistische Lebensbaum enthält 33 Permutationen des Bewusstseins, 22 Pfade, 10 bekannte und gezeichnete Sepirot, also Lebensbäume, und einen verborgenen Sepirot, welcher bei den meisten Wiedergaben unbeachtet bleibt. So wie sich die Kundalini-Schlange um die 33 Wirbel der Wirbelsäule windet, wird der Lebensbaum häufig mit einer sich hoch herumwindenden Schlange gezeichnet, den zunehmenden Pfad zum Keter der Krone, dem Ziel der spirituellen Suche anzeigend. Dazu Dion Fortune aus dem Buch Die mystische Kabbalah. Die Pfade stellen die aufeinanderfolgenden Stufen der Entfaltung der kosmischen Erkenntnis im menschlichen Bewusstsein dar. In alten Bildern ist oft eine um die Äste eines Baumes gewundene Schlange abgebildet. Dies ist die Schlange Nechustan, die ihren eigenen Schwanz in ihr Maul nimmt, das Symbol von Weisheit und Einweihung. Wenn die Windungen dieser Schlange richtig um den Baum angeordnet sind, kreuzen sie jeden der Pfade nacheinander und scheinen die Reihenfolge anzudeuten, in welcher sie gezählt werden sollen. Mithilfe dieses Schriftzeichens ist es dann eine einfache Sache, die ganzen Aufstellungen der Symbole in ihren richtigen Positionen am Baum anzuordnen, vorausgesetzt, dass die Symbole in ihrer richtigen Reihenfolge in der Aufstellung wiedergegeben sind. Zitat Ende. Aorum Solis schrieb, ein Symbol für das limbische System, des Teils des Gehirns, welches zuständig für die Gefühle ist und die Kundalini-Energie, die in jedem Menschen wohnende Kraft, die Eidechse, stellt auch die zyklische Bewegung der Energie durch das Universum dar. Geburt, Tod, Wiedergeburt ins Unendliche. Zitat Ende. Genevieve Louis Paulson schrieb in Kundalini und die Chakren, viele Leute sehen Kundalini als einen New Age Trend. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Kundalini kann man als die älteste bekannte Wissenschaft betrachten. In früheren Zeiten erweckten die Leute Kundalini mit Hilfe von Lehrern unter kontrollierten Umständen und was sie dabei lernten als ein esoterisches Wissen behaltend. Wir erreichen jedoch ein Zeitalter, in dem das nach innen gewandte, das nach außen gewandte wurde. Zitat Ende. Die um einen Baum gewundene Schlange, welche mit Eva im ersten Buch Mose sprach, bezieht sich auf den Vorgang der spirituellen Erleuchtung. Das antike Symbol des Eskulap-Stab von Hermes, Merkur und dem ägyptischen Gott Tod, heutzutage von der westlichen pharmazeutischen Industrie verwendet, symbolisiert ebenso den Vorgang. Zwei ineinandergreifende Schlangen, die genau wie unsere Doppelhelix-DNS aussehen, winden sich einen geraden senkrechten Stab hoch, der genau wie unsere 33-wirbelige Wirbelsäule aussieht, und schließen bei einem Lichtkreis, einem Kronenchakra mit gespreizten Schwingen ab. Diese sind dieselben Schwingen, Anstecknadeln, welche von Militär, Polizei und Piloten getragen werden und Kindern auf kommerziellen Flügen geschenkt werden. Der Ursprung dieser Symbolik geht zurück bis zu dem Mythos von Atlantis, Vorläufer der Schöpfungsgeschichte der Bibel. In der Mitte vom Garten von Atlas war ein großer Lebensbaum, genau wie im Garten Eden der Bibel. Dieser Baum stellte einzigartige goldene Äpfel der Unsterblichkeit her, ausschließlich für die am meisten gereinigten und heiligsten Wesen. Die sieben Töchter von Atlas waren als die Hesperiden bekannt, und ihre oberste Pflicht war die Pflege und die Verteidigung des Lebensbaums. Sie hatten bei ihrer Aufgabe des Schutzes Beistand von einem uns mittlerweile bekannten Freund, der sich um den Baum wand. Nochmal Frank Joseph aus die Atlantis-Enzyklopädie. Um den Hesperiden bei ihrem Schutz beizustehen, umschlang eine Schlange, ein Drache, namens Ladon den Ast. Die Anzahl der Hesperiden wird manchmal mit sieben angegeben. So dürften sie sich auf die sieben Hauptchakren oder metaphysischen Energiezentren beziehen, welche zusammengenommen die menschliche Persönlichkeit ausmachen. So symbolisiert der Lebensbaum ebenfalls die Wirbelsäule, entlang dieser die Chakren angeordnet sind. Diese Auslegung behauptet, dass Kundalini-Yoga seinen Ursprung in Atlantis hat, von wo es um die Welt ging. Und in der Tat ist der Lebensbaum ein Symbol, dem man wiederkehrend in vielen europäischen und asiatischen Überlieferungen der angeblich versunkenen Orte Atlantis und Lemuria jeweils begegnet. Zitat Ende. Daher erscheint es so, dass das Geheimnis der 33, das Geheimnis, welches der Freimaurer 33. Grades verbirgt, eines hinsichtlich des spirituellen Bewusstseins ist, eines welches zurückgeht bis zum antiken Ägypten und Atlantis. Das freimaurerische Symbol einer die Erde hochhaltenden Säule bezieht sich zweifellos auf diesen atlantischen Mythos, bei welchem Atlas die Welt auf seinen Schultern trug. Im Wörterbuch ist eine Beschreibung von Atlas die anatomische Bezeichnung des ersten Halswirbels, der den Kopf stützt. Dies bedeutet den 33. Wirbel von unten, da die Schlange sich hochwindet. Genau der Wirbel, welcher unseren Kopf oder Bewusstsein stützt, wird tatsächlich Atlas genannt. Also hält der Atlaswirbel die Welt, unseren Geist, hoch. Atlas hat sieben Töchter, Chakren, die den Lebensbaum, die Wirbelsäule, bewachen und seine goldenen Äpfel der Unsterblichkeit.